Vielen Dank. Geht, geht, bitte. So, hier haben wir die Nummer 8, den Torschützen. Dreh dich mal um, bitte, zu mir. So, Schillimann, den Torwart, der gerade geschossen hat zum 1 zu 0, das war von deinem Kollegen? Ja, der hat ihn super aufgelegt, ich habe mich einfach nur gedreht, hat den Gegenspieler ein bisschen weggedrückt und dann habe ich Schlag schön ins Eck geschossen. Mit links? Mit links. Wo war der Torwart? Torwart, keine Chance. Nee, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Ja! Ich muss das auch noch Löseres tun. Ich musste ziehen, dass die im Auto sind, dass sie auf die Linke beim Führer sind. monumentäre Menschen, warum die Schifffahrer sind. Ja! Ja! Ja, das ist noch los. Ja. Na ja. Ich muss noch nicht wissen. Ah, ich muss auch noch mal sagen. Na ja, ich muss noch mal sagen sagen, ich muss schon das machen. Entschuldigung, ich muss auch noch mal sagen, dass die Schifffahrer sind wieder ja hier hinten sind ihre Hand einden. Não bin öffentlich. Ja, ich muss noch mal schauen. Interestingly, kann man auch noch mal sagen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.